Vor längerer Zeit habe ich mal im Buchladen Der unsichtbare Freund stehen sehen und es vor allem deswegen gekauft, weil hier oben steht, für alle Fans von Stephen King. Mittlerweile habe ich dieses 900 Seiten starke Buch nach Ewigkeiten endlich mal gelesen und ob es wirklich vergleichbar mit Stephen King ist und wie es mir insgesamt gefallen hat, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und auf diesem Kanal dreht sich alles um Bücher und Geschichten. Wenn dir das zusagt, dann klickt doch gerne auf Abonnieren. Ich schreibe übrigens auch selber Kurzgeschichten, nehme die als Hörbücher dann auf, findet ihr dann auf Spotify. Link dazu gibt es auch unten in der Beschreibung. In Der unsichtbare Freund von Stephen Schabowski geht es um Christopher. Christopher ist sieben Jahre alt und der folgt am Anfang von diesem Buch erstmal einer Wolke, die ihm irgendwie nett zulächelt. Und er folgt ihr in einen düsteren Wald, wo er dann plötzlich sechs Tage lang verschwunden bleibt. Man erfährt überhaupt nicht, was da passiert, aber nach sechs Tagen taucht er wieder auf und alles ist anders. Vor allem seine Fähigkeiten sind anders. Er hat irgendwie neue Fähigkeiten, die ihm und seiner Mutter das Leben ziemlich vereinfachen, aber er hat auch einen Auftrag im Kopf. Er muss unbedingt dieses Baumhaus bauen und er weiß genau, wie das funktioniert und was er dafür tun muss. Er hat wirklich genau diesen Plan im Kopf einfach und man fragt sich so, woher hat er diesen Plan, wo kommt der her? Und er involviert dann direkt seine drei neuen besten Freunde in dieses Projekt, dieses Baumhaus zu bauen, was sie halt auch heimlich machen müssen, weil sie von ihren Eltern nicht die Erlaubnis kriegen, in diesen Wald zu gehen. Und es hat alles sowas Mystisches, weil man halt einfach gar keinen Plan hat, was hier abgeht. Da ist dieses Baumhaus. Warum muss er dieses Baumhaus bauen? Wo kommt diese Idee her und woher hat er diesen Plan? Und dann gibt es halt auch noch diesen unsichtbaren Freund, den er plötzlich hat. Also nicht einfach nur so ein imaginärer Freund, den halt Kinder mal haben, sondern irgendwie so eine Stimme, die ihm immer so zuredet und zuflüstert. Und die nennt er den netten Mann. Und man weiß so gar nicht so richtig, was hat es mit dieser Stimme auf sich. Erstmal bildet er sich die ein? Ist die in seinem Kopf? Oder ist es tatsächlich einfach jemand, der neben ihm steht und einfach unsichtbar ist? Und meint diese Stimme ist überhaupt gut? Meint sie es nicht gut? Ist die böse oder gut? Ist die wirklich ein Freund oder nicht? Das sind so alles so Fragen und das ist so metaphorisch auch und so Meta-Ebene-mäßig. Ich liebe diesen Schreibstil. Jesus Christ, dieser Schreibstil ist so, so gut. Der ist so mystisch und so anders. Also man muss das mal so hervorheben. Also da sind zum Beispiel, zum Beispiel ist es so ganz, ganz krass, wie manchmal einzelne Sätze ganz anders geschrieben sind. Also zum Beispiel dieser Satz, sechs Tage lang blieb Christopher verschwunden, der ist einfach so geschrieben, jedes einzelne Wort von diesem Satz hat eine eigene Seite gekriegt. Also man liest es quasi so. Sechs, umblättern, Tage, umblättern, lang blieb Christopher verschwunden. So und das ist so, man überlegt dann, warum das so ist und das bei anderen Sätzen dann eben auch noch. Und manche Charaktere haben irgendwie eine ganz besondere Schreibweise. Also da gibt es diesen einen, wo dann die große Kleinschreibung plötzlich voll wirr ist. Also Nomen sind immer am Ende vom Wort groß geschrieben. Also meine letzte Buchstabe vom Wort ist groß geschrieben. Manchmal ist dann auch eine Seite lang plötzlich gar keine Großschreibung. Alles klein geschrieben. Und es sind alles so Stilmittel, die so mega interessant sind. Also es geht insgesamt auch sehr viel um einen, das was sich erstmal ziemlich platt anhört, epischen Kampf zwischen Gut und Böse. Wo man ja heute eher manchmal so meint, das ist doch langweilig. Wir interessieren uns eigentlich mehr so für die Graustufen zwischen Gut und Böse. Wir wollen nicht dieses ganz krass Böse gegen dieses ganz krass Gute, weil das halt oft dann so unmotiviert ist. Die Leute sind einfach unmotiviert böse, einfach weil sie böse sind, während die Guten einfach nur gut sind, weil sie halt gut sind. Und im Real Life ist das ja oft nicht so. Aber hier wirkt das viel natürlicher, weil es sowas Natürliches hat. Also es ist schon mega krass, episch Gut gegen Böse. Aber irgendwie geht es halt doch immer um die Psyche auch von den Menschen und wie die Menschen sich beeinflussen lassen. Und irgendwie geht es dann halt doch um dieses Warum. Und das ist schon ziemlich gut gemacht. Letztlich kann ich definitiv sagen, dass dieser Sticker hier für alle Fans von Stephen King meiner Meinung nach auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Denn dieser Schreibstil ist zwar völlig anders als Stephen Kings Schreibstil, aber irgendwie geht es halt von der Atmosphäre, von dieser Metaphorik. Und es ist halt schon, erinnert es sehr an die Geschichten von Stephen King. Bei Stephen King ist es auch eigentlich immer so, dass man die Prämisse ziemlich platt ausdrücken kann. Aber im Hintergrund geht es doch um sehr viel mehr, um viel tiefgründigere Themen, um die Psyche und um die Charaktere. Und das ist halt hier genauso. Man hat einfach das Gefühl, nichts ist so, wie es scheint. Und nichts ist so, wie es da geschrieben ist. Da steht ein Satz, schwarz auf weiß, aber eigentlich ist damit wahrscheinlich was komplett anderes gemeint. Was auch immer wieder auftaucht, sind so einzelne Sätze, die immer wieder wiederholt werden. So diese Wolke zum Beispiel. Am Anfang folgt Christopher so einer freundlich lächelnden Wolke. Der folgt dieser Wolke. Und die Wolke taucht immer wieder auf. Aber nicht so als Wolke. Die ist immer wieder so da. Dann hat man diesen einen Typ, der fast am Erblinden ist und hat diese Wolken im Auge. Und das ist irgendwie so genial. Und dann gibt es dieses Lied vom Blue Moon. Und dann kommt halt dieser blaue Mond immer wieder vor. Und man fragt sich, was hat es mit diesem blauen Mond auf sich? Und dieser Satz, Gott ist ein Mörder, Daddy, ist so immer wieder präsent. Und man kann immer so drüber nachdenken, was bedeutet es? Was will uns der Autor damit sagen? Und man könnte jetzt völlig darüber frustrieren, dass man nicht weiß, was der Autor damit sagen will. Aber man könnte auch akzeptieren, dass es halt einfach die Atmosphäre und die Stimmung mega gut darstellt. Und es gibt noch so viel mehr von diesen Stilmitteln, von diesen Meta-Ebene-Sätzen, sage ich mal. Mir hat es also definitiv richtig viel Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall noch mehr lesen von Steven Chabowski.